Das Bremerhavener Wilke-Atelier stellt neue Werke von Ellen Meder-Gutz aus. Die Grafikerin aus Vechta lässt sich durch Formen aus der Natur inspirieren. Für ihre Arbeiten hat sie zwei Monate im Atelier gewohnt. Meine Skulpturen sind jetzt keine Naturnachbildung, aber diese Kraft, die eben in diesem Wachsen und in diesen Naturformen steckt, die finde ich unheimlich interessant. Die Ausstellung öffnet morgen um 13 Uhr im Wilke-Atelier in Bremerhaven.